Zeit zu sterben, Arschloch! Ich weiß doch, dass du nicht hier gewollt! Seid ab! Mein Gott, verschonest! Hier herrscht wahrscheinlich... Ich dachte, ich sei bereit. Du bist also... Was ist übrig? Meine Zeit ist umgexert! Sie fliegen gleich die Kugeln! Gefällt dir... Du musst uns alle auf! Ich stehe dich! Ich hab dich kalt gemacht! Fertig! 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 Geht mir aus dem Weg! Wie gab dir schwarze Uhren so? Fertig! 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 Zu spät, um abzuhauen! Ich weiß doch, dass du nicht hierher gehörst! Hey! Ich seh... Hab einen entdeckt, Jungs! Hab einen entdeckt, Jungs! Ich breche ihm sämtliche Knochen! Den geilsten Scheiß haben wir... Fertig! 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 Tja... Fertig! Fertig! Was soll das? Das ist beschissen. Bist du verhöhnt? Ich nicht. Ich sollte nicht länger hin. Entschuldigung. Der Hund muss sich vom Acker gemacht haben. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Oh mein Gott, ich habe noch nie... Meine Güte. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Ist wirklich feucht in letzter Zeit. Willst du dich mit mir anlegen? Wo rennen die alle hin? Wo zum Teufel? Rennen die hin? Ich glaube, er ist tot. Ich sage, wir müssen dich nicht mehr anlegen. Ich sage, ihr könntest. No! Ich kann hier nicht mehr weg! Das ist ja die reinste Schießbude hier! Das ist ja die reinste Schießbude hier! Ich bin rum! Wunderschön! Ich hab ihn im Visier! Los! Oh ja! Wir haben ihn gefangen! Oh! 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 Ich kauf ihn mir! Oh! Ach! Ach! Wie kann ich mehr, Jungs? Meine Waffe verstanden? Er hat keine Munition mehr! Kein Fluch! Hörst du Zeit, dich aufzuwischen? Hörst du Zeit, dich aufzuwischen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab nie wirklich was gesehen, aber dieser Scheißhaufen war echt aufbrausend. Ich kann immer noch nicht sagen, seit sie diesen Radiotypen die Ball erledigt haben. Was wollen die denn hier draußen mit der Demonstriererei und dem Gebrülle? Haben die keinen Respekt vor anständigen Leuten? Er hat mir meinen ersten Whisky ausgegeben. Onkel Lou, meine ich.